Wuhu 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 Meine Herzen Willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder sehr gut gelaunt. Ich hoffe natürlich. Ihr da draußen auch. Das einzige, was heute nicht gut gelaunt ist, ist anscheinend meine Kamera, die mich die ganze Zeit unscharf macht. Leute, wir haben uns heute versammelt hier zu einer Folge Temptation Island VIP und ich hab schon ein kleines Spoiler gesehen auf Insta. Es soll in dieser Folge wirklich komplett eskalieren. Also wirklich komplett. Ich wollte mich nicht spoilern lassen, hab aber dann so mehr oder weniger was gesehen. Dementsprechend weiß ich, es geht ab. Also ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Habt ihr schon den zweiten Kanal abonniert? Das ist der erste Link in der Beschreibung. Dort kommt jeden Tag um 18 Uhr noch ein Video. Und das wäre schon essentiell wichtig, denn wir stehen so kurz vor den 100.000 Abonnenten. Würde mich natürlich sehr freuen. Also wir möchten noch kurz erwähnen. Aber ansonsten lebt euch zurück, macht euch gemütlich oder etwas Leckeres zu snacken und etwas Leckeres zu trinken. Tee ist immer eine gute Wahl. Da würde ich niemals Nein sagen. Bevor wir reingehen, liebe Freunde, der Link zu RTL Plus ist unten in der Beschreibung. Wisst ihr Bescheid. Dort findet ihr Iron One Temptation Island das perfekte Dinner und alles Weitere. Checkt es gerne aus. Henriks Ausflug in den Garten der Lust sorgt am Folgemorgen für mächtig Kopfzerbrechen. Zumindest bei Jakob und Giuliano. Und das ist ja eh das Krasseste, ne? Junge, geht der einfach gestern hier hinten um die Ecke rum. Toter Winkel, wo keine Kameras sind. Und dann hörst du die rumschmatzen. Der ist so dumm, der Junge. Denkt ihr da? Also, man sieht ja nicht, ob was passiert ist oder nicht. Denkt ihr das, was passiert oder nicht? Wo er mit dem Mädel da um die Hauswand Ecke rumgegangen ist. Können wir dir schon gut vorstellen, das schon, ne? Also, ich glaub, Real Talk, Real Talk, könnte was passiert sein. Meinst du, sie zeigen das auch? Ja klar, das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch fremdgehen, Digga. Warum soll man, also man kann das ja auch machen vor der Kamera. Warum soll ich denn irgendwo hingehen, wo keine Kameras sind? Warum machst du das so? Das macht man ja nicht ohne Grund. Alter, gut, der Hendrik sich echt ein Eigentor geschossen, ne? Temptation Island ist ja die Insel der Verführung, so. Und als vergebener Mann stellst du dich zwar der Verführung, aber darfst du dich auf sie eingehen, das ist ja der... Mh, plausibel, danke, Jakob. Starke, starke Erklärung, vielen, vielen Dank. Mir würden solche Villas Herz zerreißen, bin ich ganz ehrlich, ja. In der Villa der Frauen startet der Morgen weitaus Verschmuster. Paulina fühlt sich in Dominiks Armen sichtlich wohl. Das, das, das ist genauso fremdgehen, ne? Ich möchte nichts, also ich möchte hier nichts vergedingsen, also vergleichen oder was weiß ich. Aber ich finde beide Parteien, also Partei Paulina und Partei Hendrik scheißen beide komplett rein. Aber das ist emotional und das, was Hendrik macht, ist Party. So, ne? Ist beides scheiße, kann man beides nicht entschuldigen, aber das finde ich kann man noch weniger entschuldigen. Weil sie, die hat sich schon in den verliebt, Mann. Die streichelt sein Scheißgesicht, Alter, wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm... Ich kann im Moment irgendwie nicht alleine sein. Ich bin froh, dass Dominik da ist, weil er... Ich sag Freund, weil die meisten von euch sind Mädels, würde so kuscheln mit jemand anderem. Ist kein Fremdgränen gehen, ne? Das ist diese, dieses aktive Kuscheln. Die küssen sich nur nicht, weil Kameras da sind. Die hätten sich schon längst geküsst. Zehner, Zwanni, sogar ein Taui, wette ich drauf. Taui. Aber die checkt das nicht, ne? Die denkt, das ist so völlig, völlig okay, völlig normal. Das ist, das ist ja nicht, das ist nichts Schlimmes. Die hat das ja noch lange nicht so selbst reflektiert, dass die selber auch Scheiße baut. Ja, vielleicht sieht es manchmal so aus, als wären wir, äh, schon ein Paar. Ja, und das ist der Fehler. Der Satz ist schon der Fehler. Du dumme Kuh, alter Mann. Du checkst es nicht. Du checkst es echt nicht. Ich bin so gespannt, wenn sie das so sieht, jetzt im Nachhinein so zusammengeschnitten, ob sie das so realisiert, wie dumm sie eigentlich ist, ne? Genauso Henrik, aber von Henrik kennt man das halt schon, ne? Henrik kannte man vorher schon so. Das war so, hm, das ist eh ein Idiot. Das ist eh ein Idiot. Und ich meine das nicht böse, ne? Auch wenn ich dumme Kuh und so sage. Ich meine das nicht böse oder beleidigend oder so. Das ist gerade einfach nur, ja. Ich habe gerade Kaffee gemacht, süß, dass du fragst. Das ist nicht so. Danke. Ich bin immer noch mit Henrik zusammen. Ja. Ob sich das beim nächsten Lagerfeuer ändert? In der Männervilla versucht Henrik unterdessen seine Hände in Unschuld zu waschen. Ich habe hundertprozentig eine Erklärung für alles, weil ich habe so gesehen, mir nichts vorzuwerfen hier. Boah, ich habe getanzt, gelacht, macht Spaß gehabt. Oh, 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 oh. Manchmal sieht das vielleicht ein bisschen indisch aus. Wir sind da ein bisschen gewungen. Hier muss man wieder sehr viel zensieren, ne? Das tut mir echt leid. Dennis, Mann. Das tut mir echt leid. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Glauben wir ihm das oder glauben wir ihm das nicht? Das ist die Frage aller Fragen. Also wir haben uns angefasst, berührt, waren uns sehr nah, aber zum Kuss ist es nicht gekommen. Oh mein Gott. Wir können ja nichts machen. Ne? Ne, es geht nicht. Doch. Die hatte auch vorher zu ihm gesagt, so mäßig, ich bin horny und so. Der sowieso ein Idiot. Ich sag, ich sag das, was passiert. Ich sag das, was passiert. Sonst wären die nicht um die Ecke gegangen. Oder? Oder? Das sah schon krass aus, mein Lach. Boah, das wird Polina so fliegen. Das wird die so fliegen. Wenn ich sie jetzt sehen könnte, dann würde ich sie direkt sagen, da ist überall das Liebe. Ja du, das Problem ist, das ist bei euch beiden, das ist nicht böse gemeint jetzt so, aber zukunftstechnisch macht das einfach nicht. Also ich glaube, das ist ein sehr toxisches Ding bei euch beiden. Ihr baut beide irgendwie scheiße. Das ist komisch. Das ist sehr komisch. Ja, ich will nur kurz was sagen. Ich will nur kurz was sagen. Ich glaube, dass der Henrik denkt, dass sie irgendwie getuschelt wird oder gelästert wird. Wenn man irgendwie mit einer Verführerin hinter der Ecke verschwindet, dann ist ja klar, dass da keiner die Schnauze hält, sondern es ist klar und es wird sich gefragt, was ist da passiert. Ja Leute, wo fange ich an? Ich will mich erstmal bei euch allen bedanken, dass ihr mich hier durch diese schwere Zeit durchtragt. Mir geht es echt nicht gut so. Ich glaube, es haben einige von euch gemerkt, dass für mich das auch eine sehr emotionale Reise ist, wo ich selber sehr viel reflektiert habe, sehr viel gelitten habe. Mit mir geht es gerade einfach so ein bisschen durch, auch weil ich ja, wie ihr alle mitbekommen habt, so eine kleine Szene mit Anastasia hatte, wo wir ganz kurz da hinten verschwunden sind. Wo auch viel jetzt drüber, wahrscheinlich unter euch viel drüber gesprochen wird, so was da vorgefallen ist und so. Da würde ich natürlich auch bitten, dass ihr immer, falls so dieses stille Postspiel immer stattfindet, einfach vielleicht auch mal zu mir kommt und mich fragt, so was da wirklich auch abgegangen ist, wie ich das empfunden habe oder was da war. Und ja, ich gebe zu, an diesem einen Tag kam es scheiße rüber, vielleicht für viele von euch so. Ich kann euch schon sagen, dass absolut nichts passiert ist. Glaubt man ihm das? Er tut sich schon sehr versuchen, überall rauszureden. Das ist schon sehr komisch, eine sehr komische Sache. Es ist Abend. In der Bitter der vergebenen Frauen reift die Erkenntnis, wenn Schokolade nicht mehr hilft, hilft nur noch Party. Wir verlegen die Party nach draußen. Wir waren die ersten, dass wir im Pool geladen sind, aber wir sind ja schlau und wir haben die Männer mit uns mitgerissen. Irgendwas muss bei dieser Party passieren. Irgendwas muss passieren. Es haben so viele Leute geschrieben. Die Folge 10 ist abnormal. Irgendwas muss passieren. Ich sage es euch, wie es ist. Die machen so ihr Ding da. Oh, die zwei. Oh nein. Paulina ist mit Dominik immer noch eng zusammen. Bei denen habe ich manchmal das Gefühl, es ist ein Paar. Ja, die passen schon gut zusammen. Die will doch diesen Kuss, oder nicht? Das sieht doch so aus, als ob sie den will. Nach der langen Zeit gefangen in einem Haus, ohne Kontakt zur Außenwelt, spielen die Hormone auf jeden Fall verrückt. Ich habe interessante Beobachtungen gemacht. Diogo und Emi, das ist auf jeden Fall ganz schön wild. Ja, die Hormone kochen auf jeden Fall über, würde ich schon sagen. Nein, 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 nein. Ich besuche jetzt auch ein bisschen Ablenkung, nachdem ich erfahren habe, ich bin ja gar nicht die Frau fürs Leben für Udo. Wenn ich wüsste... Nein! ...dass es die Frau ist, die... Das ist ihre Ausrede, ne? ...hätte ich an diesem Format gar nicht teilgenommen, weil das setzt man für kein Geld der Welt aufs Spiel. Also suche ich halt dann den Halt woanders. Was? Ne. Nein! 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 Ist doch geisteskrank! Wow! Ey, es gibt hier Leute auf diesem Planeten, ne? Ich komme nicht klar. Das kannst du doch keinem erzählen! Ja, die Stelle skippen wir halt sowas von jetzt. Dieses Gestöhne hier muss da nicht irgendwie rein, Alter. Ne, was ist das denn? Gibt es dazu noch nicht mehr Infos? Ich denke mir schon, was wird Udo davon denken, wenn er das sieht? Wow! Ich weiß nicht warum, ne? Guck mal, ich bin noch nie fremdgegangen. Ich weiß nicht, ob mir fremdgegangen wurde. Ich glaube nicht. Aber ich finde fremdgehen so, 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 so schwierig. Das ist jetzt nur meine Meinung so an alle, die schon mal das gemacht haben. Fühlt ihr jetzt nicht angesprochen oder was weiß ich. So, euer Ding. Macht euer Ding, wie ihr wollt. Aber ich persönlich empfinde dann so, ich werde sauer, obwohl ich nichts damit zu tun habe. So, wisst ihr, was ich meine? Ich werde sauer. Das ist das Krasse. Also es fuckt mich selber sehr ab. Es fuckt mich selber sehr ab. Oh Mann, Alter! Oh Mann! Oh Mann. Ja? Ich nick einfach. Es hat sich einfach richtig. Es hat sich einfach gut angefühlt. Und ich habe einfach gar nicht daran gedacht, dass das, was ich gerade mache, vielleicht unfassbar falsch ist. Mach ich das? Ja? Und ich damit Dinge kaputt mache, die ich vielleicht gar nicht kaputt machen will. Du dumme Nuss. In Germany we say dumme Nuss. Kommt diese Einsicht zu spät? Jedenfalls ist Henrik nicht der Einzige in der Beziehung, der für äußere Reize empfänglich ist. Ich habe in den letzten Tagen so sehr gekämpft. Ich war die ganze Zeit so in einem Kampf mit mir selbst. Dann war da Dominik. Bitte küsst euch nicht. Die küssen sich. Die werden sich jetzt küssen, oder? Ich mag, was ich mir aber verboten habe, weil ich gesagt habe, nein. Du bist hier als Paar. Du liebst Henrik. Ich mag Dominik einfach wirklich. Ich mag ihn so gerne. Ich kann ja auch nichts dagegen machen. Ey, sowas macht mich... Ich weiß nicht warum. Sowas bricht mein Herz. Ich weiß nicht warum. Mach vorher Schluss. Schaff es wenigstens vorher Schluss zu machen. Genauso Henrik. Klar, so auch Kacke gebaut. Da weiß man jetzt nicht. Das ist nicht jetzt zumindest nicht auf Kamera. Aber beide. Beide. Hä? Wohin mit euch? Aber dieser Dominik muss man ihm lassen, ne? Auch wenn ich mich immer übertrieben über ihn abfacke. Er macht halt seinen Job, ne? Das ist ja sein Job. Er soll ja verführen. Ich weiß nicht mal, aber vielleicht kriegen die Verführer sogar extra Cash, wenn die jemanden verführt haben. Keine Ahnung. So als Anreiz oder so. Wisst ihr? Aber er macht ja seinen Job. Aber das ist krank. Das ist krank. Es war echt wie ein magischer Moment. Fühlt sich wie ein Film an. Er küsst jemanden, die gerade ihrem Freund fremd geht. Also wenn er ernste Absichten hat, hat er sich jemanden geklärt, der fremdgegangen ist. Was heißt die Chance, dass die Person dir fremd geht? So. Ich hab nicht klar. Wir haben uns alle so heftig gefreut. Wir haben ja alle übrigens gejubelt. Es war einfach richtig geil. Ganz romantisch mit Sternenhimmel. Es sah aus wie im Film. Paulino und Dominik haben sich endlich geküsst. Was? Ein Kuss? Ich will, dass Henrik das sieht. Ich will, boah, ich will diese Reaktionen sehen. Es fällt gerade ein Stein vom Herzen, dass ich vielleicht das erste Mal so richtig auf mein Herz gehört habe und nicht nur auf das, was... Aber es ist schon krass, oder? Also guck mal. Fremdgehen ist schon krass. Fremdgehen im Fernsehen ist geisteskrass. Das ist... Das ist richtig krass. Ich finde das schlimmer, als im Fernsehen, wie jetzt zum Beispiel bei Ida1 im Boom Boom Room zu sein oder so. Das finde ich schlimmer. Sag ich euch ehrlich, Leute. Sag ich euch ganz ehrlich. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Ich glaube, die ist eine super Liebe. Ich glaube auch Henrik. Ich weiß, ich kenne Henrik. Aber ich weiß, wie Henrik ist. Die sind beide super lieb bestimmt. Aber das hat so... Das ist so... Das ist einfach so ein bisschen widerlich. Auf gut Deutsch. Der Kopf mir die ganze Zeit sagt. Krank, krank, krank. Ich weiß, warum ihr meintet. Es sind schon zwei Mädels an einem Abend fremdgegangen. Zwei. The walk of shame. Ja, the walk of shame total. Hahaha, wie witzig. Ja, verbotene Sachen sind gestern passiert. Ja, ja. Unnormal. Wie verboten. Komplett verboten. Das krank verbotene, das verbotene oder das verbotene? Das richtig verbotene, oder? Das verbotene, was verboten bleiben sollte. Oh Gott. Also das krass verboten... Oh mein Gott. Oh, du bist ja frümmt gegangen. Oh mein Gott. Das ist so ranzig, diese Runde gerade. Wie die sich darüber feiern. Also wenn wir heute Lagerfeuer kriegen, ne? Ich glaub, Udo und Henrik fallen aus allen Wolken. Gott, wie Henrik auf die Bilder reagieren wird. Ähm. Beziehungsweise auch das Herz brechen natürlich. Junge, Alter, wie kann man so sein? Also, okay, tu's. Aber dann sag doch da noch nicht, ah, wenn die später am Lagerfeuer sitzen. Das wird denen das Herz brechen. Oha, bist du cool. Herzlichen Glückwunsch. Willst du ne Dings? Ich kann dir eine Urkunde schreiben, für wie cool du bist. Warte. Urkunde. Da machen wir noch ne Eins hin, für den ersten Platz der Coolness. So, das kann ich dir gerne zuschicken. Das kannst du dann noch einrahmen. Urkunde, du bist echt cool, Paulina. Und dann ne Eins für den ersten Platz der Coolness. Emi natürlich auch. Emi natürlich auch, ne. Ich möchte jetzt hier nicht irgendjemanden bevorzugen. Emi kriegt natürlich den gleichen Preis. Da würde ich hier auch ne Urkunde dazu machen, ne. Also, so ist es nicht. Leute, ihr werdet's nicht glauben. Am gleichen Abend in dieser Folge ist noch ein Lagerfeuer. Ich komme nicht klar. Sehr, sehr geil. Hab ich anders Bock drauf. Rein da mit euch. Jawoll. Yappi. Auf geht's, ab geht's. Es war mir wirklich richtig, richtig peinlich gewesen. Und trotzdem, ja, liebe ich ihn halt so, so sehr. Und kann das halt kaum, ja, erwarten wiederzusehen. Ich kann dich beruhigen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber eigentlich sind Bilder nie positiv. Jetzt werden sie positiv sein. Wir schauen's uns an. Hä? Positive Bilder? Hä? Ach komm süß, wir gehen noch mal schnell raus. Das war auch krank. Voll süß, aber. Oh, Baby, schon muss ich so krass nicht schwören. Oh, ich würde endlich wieder bei mir haben, ehrlich gesagt. Die muss sich zusammenreißen, dass sie nicht weint. Ich schwöre, du bist ein Abstand, meine Traumfrau. Ich liebe dich über alles. Ich schwöre, ich liebe dich so sehr, Katie. Ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben, Baby. Das ist ein bisschen cringe, aber auch ein bisschen süß. Das ist schon ein bisschen so. Ne? Bisschen cringe, aber auch ein bisschen süß. Ich liebe dich schon immer, meine Baby. Bis Dienstag. Schlaf schön, ich liebe dich. Das ist süß. Ja, da kommen ja auch die Tränen. Guck, ey, jetzt ist er denkt an dich. Ja, also ich bin auf jeden Fall jetzt sehr, sehr froh, dass ich... Ich habe mit solchen Bildern gar nicht gerechnet. Jakob ist halt ein Mensch, der mich so liebt, wie ich bin. Auch wenn ich ihn anzicke. Auch wenn ich mal schlechte Laune habe. Voll süß. Ich schwöre sogar. Richtig süß. Aber wir wollen jetzt hier kein großes Gelaber. Wir wollen das nächste sehen. Ich weiß nicht, wie Udo darauf reagieren könnte, was er sich da ausmalt, was da alles passiert sein könnte. Also ich kann dir auf jeden Fall jetzt zeigen, wie es Udo nach seinem letzten Eins-Lagerfeuer ging. Was macht er da? Er ist schon wieder mit dieser... Der trinkt? Oh mein Gott! Udo trinkt, Leute! Udo trinkt! Nein, Emmi! Der Udo trinkt! Ja, dann aber jetzt mal schnell ab unter die Dusche. Du, damit das... Also... Emmi, der Udo, der trinkt! So weißt du? Ich würde das genauso machen an deiner Stelle. Ja, das mentale Schwäche ist halt... Oh, wie begonnen der an ihr... Hängt! Was ein Arschloch! Ey, nur Emmi, ne? Immer Emmi, 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 Emmi. Sie haut die ganze Zeit Wörter raus, die man zensieren muss. Ich kann nicht mehr. Und ich hab das Gefühl, die sucht extra nach Fehlern, ne? Bah, ekelhaft, wirklich. So eine Sonnbrille. Blendet dich die Sonne nachts? Aber warum unten denn da oben? Da unten ist es doch viel schlimmer. Was macht er da? Ja gut, dann kann ich mir jetzt nicht nur die... massieren lassen, sondern auch putzen lassen. Ja, Diogo, heute geht's wieder in die Dusche. Die hat so einen kranken Dachschaden, ne? Das ist abnormal. Wirklich, sie hat einen geisteskranken Dachschaden. Die sucht gerade extra diese kranken Fehler. Das ist abnormal. Emmi ist wirklich abnormal. Auch ihr Gesicht jetzt gerade. Ja, Diogo, dann geht's halt heute wieder in die Dusche. Geil. Oh nein, jetzt geht er... Oh nein, er geht mit den Mädels, die schlafen bei ihm im Bett. Emmi, pass auf. Zu ihm? Nein, nein, er geht jetzt nicht. Doch, 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 sie gehen zu ihm. Was? 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 Emmi, es reicht. Wirklich, es reicht. Du warst mit dem einen Typ duschen, dann mit dem anderen duschen. Bei der einen Dusche weiß man nicht, was passiert ist. Bei der anderen hat man es auf jeden Fall laut und deutlich gehört. Dafür, ähm, liebe Freunde, falls ihr die ganzen Folgen sehen wollt, ne? RTL Plus, Link in der Beschreibung. Kuss geht raus an RTL Plus an der Stelle. Schrubb der an ihre... Haben wir auch so eine Schrubbe zu einem? Ja. Ich mach das vor allem hier. Fischentisch. Ja, das kann ich noch viel besser. Das, was er da macht. Ey, die hat so einen kranken Dachy. Das ist abnormal. Aber alle, die da sind. Also alle haben vieles, aber keine Selbstreflexion. Aber ich glaub, bei Emmi ist das eh so ein bisschen gestellt. Also ich glaub, das ist eh so eine verlorene Beziehung für sie gewesen und die hat eh keinen Bock mehr und macht einfach, was die will. Also ich glaub nicht, dass die da irgendwas ernst meint. Also die sucht nach Fehler. Ich bin sehr gespannt. Also für Giuliano ist die ganze Temptation Island-Zeit auf jeden Fall eine Herausforderung. Vor allem mit den Verführerinnen. Du bist echt ganz schön gemein immer zu mir. Siehst du nicht, dass ich von all den Frauen oder so mit dir am meisten Spaß hab? Ja. Aber siehst du das nicht, dass ich mich im Pool oder sowas immer neben dich setze und versuche irgendwie ein Gespräch und mir dann aber dumm dabei vorkommen? Du tust so, als ob ich Single wär. Dieses, äh, nicht wissen, woran man ist. Ich sag doch, dass du eine attraktive Frau bist. Aber? Aber ich, dass ich meine Freundin liebe. Liebe. Aber das hast du ihr trotzdem noch nicht gesagt und jetzt sagst du das. Ja, weil ich hier drinnen festgestellt habe, dass ich sie vermisse. Und diese Schüssel im Hintergrund, die einfach so fast fällt. Habt ihr die gesehen? Wow. Ja, das war schön. Das ist doch Hammer. Die freut sich richtig, richtig süß. Ich weiß nicht, was das ist langsam. Liebst du ihn denn? Ja, schon. So, ich, ich warte ja auch, ich, ich will ihm das ja noch nicht zuerst sagen. Er fühlt sich ja von allem, was ich tue, selbst wenn ich nur über eine Wohnung rede oder so, dann fühlt er sich ja direkt unter Druck gesetzt. Und wenn ich ihm sowas zuerst sagen würde, dann würde er rennen. Ich find's süß. Sie hat auch gute Bilder bekommen. Hä? Was ist denn hier los? Das ist, das ist, das ist langweilt mich gerade. Jetzt kommt aber Paulina, das wird am interessantesten, ne? Jalla, rein da Paulina! Guck, pass auf, der Henrik macht böse Sachen. Eigentlich muss sie, eigentlich in ihrem Fall, rein theoretisch hofft sie ja gerade, dass er genau jetzt fremd geht. Weil dann sind sie gleichzeitig fremd gegangen. Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist das für sie so, du bist doch auch, deshalb hab ich's auch gemacht. So, diese Moves. Ich komm gleich, ne? Ohne Witz, das ist so geil. Was hat die gesagt? Komm gleich, hat sie gesagt? Ja. Ja, komm. Stark. Müsst du mit Labdance? Witzel? Ja komm. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oh mein Gott. Ja, die Szenen kennen wir ja, ne? Können wir einen großen Zensurbalken drüber machen. Kannst du alles, äh, einfach so Dings weichzeichnen, Dennis. Kennen wir ja alles, liebe Freunde. Was? Nur die Reaktionen der Mädels sind interessant. Nein. Bleib mal leise. Ey. Das ist wundervoll wirklich. Die haben sich eh gegenseitig weggebummert, ne? Also, sie und Henrik, die haben sich wirklich beide gegenseitig ins Aus geschossen. Das ist so. Passt auf, liebe Freunde. Sagen wir mal, das ist der Ball. Ihr seid das Tor, ne? Henrik, Henrik und Paulina müssen das Tor treffen. Die schießen nach da. Nach da. Nach da. Und wenn der Ball zurückkommt, werfen die nochmal. Geisteskrank, liebe Freunde. Und wenn ich jetzt treffe, dann sind die aktuell safe nicht mehr zusammen. Oh, okay. Vielleicht sind sie noch zusammen. Mal schauen. Wir wissen es nicht. Aber wir können es auf einen zweiten Versuch probieren. Vielleicht der zweite. Ja, scheiß drauf. Ich hab das nicht verdient. Ich hab das nicht verdient. Ich hab das nicht verdient. Ich hab alles für diesen Mann gemacht. Und er spuckt auf unsere Beziehung. Aber haben die bei sich in den Villen auch Spiegel? Ja, ne? Die haben schon einen Spiegel so, wo die gucken können. Ah. Ich hab auch Scheiße gebaut. Hm. Stimmt. Ja, ja. Stimmt. Ich lasse mich von keinem Mann und erst recht nicht von ihm. so erniedrigen. Da ist ein Mann bei uns in der Villa, der alles tun würde, damit es mir gut geht. Und auf der anderen Seite ist da ein Mann, der mir sagt, dass er mich über alles liebt. Und ich hab verdammt nochmal einen ***. Will der mich verarschen? Okay, sie interpretiert jetzt direkt rein, dass es sogar mehr als küssen war, ne? Das ist auch krass. Soweit hab ich noch gar nicht gedacht. Könnte auch sein. Aber in dieser Folge, Dennis... Ey, das ist krank. Diese Folge muss so viel zensiert werden. Ist euch das schon aufgefallen, liebe Freunde? Ich hab diese Mitleid gerade mit Dennis. Dennis, gib mal kurz bitte hier ein Status-Update. Ist noch alles in Ordnung? Brauchst du irgendwas? Geht's dir gut? Okay, perfekt. Wir haben gerade nochmal Glück gehabt, Leute. Dennis ist noch... Der kommt durch die Folge durch, so wie es aussieht. Ich wusste von Anfang an, dass das genau so kommen wird. Aber sie freut sich doch auch jetzt ein bisschen. Könnt ihr mir auch sagen, was sie wollt? Sie freut sich doch jetzt. Die kann jetzt theoretisch zurück in die Villa und kann diesen Dominik direkt heiraten. Direkt Babys zeugen. Alles drin. Das All-Inclusive-Paket kann sie sich jetzt da organisieren. Die Jungs sind dran. Ich will, dass Henrik diese Bilder von Paulina sieht. Das ist wirklich die krasseste Folge bis jetzt. Das ist die krasseste und spannendste Folge. Ich hätte es nicht gedacht, dass sie so über mich ablästern würde. Und das ist auch so unter uns beiden, zwischen mir und Kay, das härteste, wo sie mich hätte betreffen können. Also wenn die heute noch einen raushaut in die Richtung und dann noch zwei, drei. Da bin ich schon mal gespannt. Das wäre auf jeden Fall sehr geisteskrank. Geisteskrank. Das ist eins meiner Lieblingschläuter zur Zeit. Wir schauen uns mal die ersten Bilder an. Emotional ist es bei ihr nämlich aktuell so eine leichte Achterbahn. Das ist ein Auf und ein Ab. Also seit ich hier drinnen bin, ist es halt so wirklich, da denke ich mir einen Tag ist es gut, einen Tag ist es scheiße, einen Tag ist es gut, einen Tag ist es scheiße. Manchmal denke ich, warum habe ich mir das angetan, warum habe ich das meinem Mann zugemutet, mit der Arme, der noch nie vorher ein TV-Format gemacht hat. Ich glaube für ihn ist es auch nicht einfach und manchmal tut mir das auch leid, dass er das mir, ich glaube schon er mir zuliebe auch mitgemacht hat. Aber irgendwie denke ich mir, wenn wir schon hier sind, dann hat es ja doch einen Grund. Vielleicht gibt es doch diesen einen Grund, warum wir es doch gebraucht haben. Ich will ja nicht nur sagen, dass er hier irgendwie Fehler macht, ich weiß ja, dass ich auch viele mache. Ich weiß ja auch, dass ich richtig oft auch gemein zu ihm war, wo er es nicht verdient hat. Und ich merke hier drinnen einfach auch, dass ich einfach auch jede Sekunde weiterhin mit ihm schätzen sollte, die ich habe. Ja, ja, also er hat auch gute Bilder bekommen. Heißt, Giuliano kriegt wahrscheinlich auch gute Bilder, oder? Ich kriege keine Auge zu, weil ich die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Angst habe, dass er schon wieder am Feiern ist oder am Trinken ist oder keine Ahnung, was macht es echt scheiße. Wenn ich wenigstens wüsste, dass er schon schläft, dann kann ich wenigstens zur Ruhe kommen. Ich habe echt keinen Bock mehr. Ich kann auch nicht schlafen heute irgendwie ohne ihn. Ja, ist geisteskrank. Also, die Sachen, die sie sagt, so, dass sie sich Sorgen um mich macht, dass mein erstes Format ist und so, das ist meine Katie. So, das ist diese, das ist diese Frau, warum ich ein anderer Mensch geworden bin, warum ich der bin, der ich heute... Okay, wir haben verstanden. Friede, Freude, Eierkuchen. Wir wollen aber Drama, Mann. Wir wollen jetzt Drama, Junge. Wo gibt's Drama? Jetzt kommt auch erst Giuliano. Der kriegt wahrscheinlich auch schöne Bilder. Und dann ist die Folge schon fast rum. Scheiße. Die zwei Udo und Henry kommen bestimmt in der nächsten Folge. Scheiße. Die Bilder sehe. Die mir dann das Herz zerreißen. Ähm... Ich weiß nicht, was das eigentlich ist. Ich sag mal so, sie wird auf jeden Fall immer lockerer. Oh, er kriegt doch keine guten Bilder. Oder? Also Sandra ist so eine Art Mensch, sie verdrängt halt viele Sachen. Man müsste die Augen öffnen, was eigentlich mit Giuliano abgeht. Wie er schlecht von mir redet. Das ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was man machen kann, wenn man seine Frau, seine Freundin nicht unterstützt. Geh mal Sport machen. Ey, deine Klamotten sehen hässlich aus. Das macht einen Selbstbewusstsein einfach komplett kaputt. Ach krass. Die Szene gab's nicht. Die müssen wir eh auch zensieren. Aber ich kann euch erklären, was da passiert. Die läuft so ohne alles so halt da einmal entlang, ne? Ich gemerkt, in dieser Zeit, wo wir hier sind, geht einfach total auf. Man hilft ihr dabei, was sie anziehen soll, wie sie ihre Haare stylen soll und so weiter und so fort. Und ich denke, in der Beziehung wird sie einfach komplett unterdrückt. Ich bin ehrlich und es bricht mir gerade das Herz. Der Typ, wie er heißt, Marcel oder so, der hat recht. Zu 100 Prozent. Und da sehe ich auch wirklich ein, weil ich einfach ein Arschloch war. Und ich kann das verstehen und nachvollziehen, dass sie von anderen Männern jetzt die Bestätigung sucht, weil ich ja einfach in der Vergangenheit viel zu wenig gesagt habe, wie gut sie aussieht, was sie alles für mich macht. Und ich war halt bis jetzt echt kein toller Freund. Muss ich ehrlich sagen. Stark. Giuliano hat Einsicht gezeigt. Aber sollen wir uns den kleinen Trailer für nächste Folge angucken? Das war mehr als demütig. Das nächste Mal geht's ab. Nächste Folge geht's ab. Ich freue mich auf diese Folge. Wow. Oh, krass. Herzen werden gebrochen, liebe Freunde. Henrik und die anderen, die haben sich eh... Das ist vorbei. Krank. Nächste Folge, Leute, wird direkt am Anfang krank. Direkt am Anfang. Ich freue mich. Ihr solltet abonnieren, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Aktiviert die Glocke und schaut auch gerne auf dem zweiten Kanal vorbei. Unten in der Link in der Videobeschreibung. Erster Link. Dort kommt 18 Uhr auch nochmal ein Video. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, 14 Uhr bei einem neuen Video. Und in ein paar Tagen kommt die nächste Folge online. Bis dahin, haut rein. Bleibt geschmeidig, gell? Mehr hört uns. Ciao, ciao. Hey, hey, hey. Shorty, don't play that game. Shorty, don't play that game, uh. Won't keep you safe. Time that I relocate, uh. Don't play that game. Shorty, don't play that game, uh. Know my place. Shorty, I know my... I got a lot to do, I got a lot to do, I got a lot to do